Spektakulärer Zwischenfall beim Ocean Race. Eine Gruppe Orcas zwang zwei Schiffe der legendären Segelregatta zum Stopp. Die Wale umkreisten die Boote der Teams Yayo und Mirpuri Trifog Racing und rammten diese vereinzelt. Der unfreiwillige Zwischenhalt passierte auf dem Weg in die Straße von Gibraltar. Der Bereich an der Südküste Spaniens ist mittlerweile bekannt für Orca-Zwischenfälle, bei denen es auch regelmäßig zu Angriffen auf Boote kommt. Ein Verhalten, das Forscher erstaunt, weil es weltweit einmalig ist. Die beiden Segelteams verloren Zeit und Plätze, aber am wichtigsten, niemand kam zu Schaden.